Ich bin heute in Zürich mit Natti und wir zusammen den Stefan von der Mobiliar umzuteilen. Ich bin Stefan, ich bin dieses Jahr 48 und arbeite bei der Mobiliar. Ich bin wirklich gespannt. Es geht anscheinend darum, mich umzukleiden im Style der Generation Z. Shoppen! Musik Eigentlich müssen es schon Samba sein, oder? Cool, weisst du? Okay, das weisst du. Die Hose ist schon viel besser. Die Hose finde ich nicht schlecht. Und wieder ein neues Ausschnitt. Ja, ich habe noch ein Shetty bekommen. Ich würde dich gar nicht anlegen. Oh! Ich glaube, die Socken sind dann auch noch ein Ding. Können wir vielleicht die anderen Hose noch mal probieren mit einem anderen Shirt? Vielleicht noch ein krasseres Shirt. Wir haben uns dann für ein paar Kleider entschieden und so hat es sein finales Outfit ausgesehen. Wie findet ihr sein Outfit? Ja, ich finde es krass, ja. Äh, ich finde es super. Es ist ein Inter-Mailand-T-Shirt, das ist super. Die Hose sind recht gross. Ja? Das ist ein Achtung. Würdest du es einfach anlegen? Ich denke schon, ja. Ja. Was nimmst du zu dieser Experience mit? Ja, selber auch offen sein für die Jungen und das, was die Jungen bewegt. Musik